Servusle, grüßt euch! Willkommen zurück bei Minecraft mit dem Voucher, mit dem Herr Alderle. Wir sind gerade auf dem Weg ins Magieviertel. Ach guck mal, hier wäre noch Hölzling gewesen. Wir brauchen Magieholz. Ich habe insofern schon mal ein bisschen was vorbereitet. Futter habe ich uns gemacht, dass wir nicht verhungern müssen. Und ich habe Werkzeuge nachgecraftet. Das ist auch nicht unwichtig. Muss ja irgendjemand tun. Jetzt schauen wir mal, ob das hier alles heute wunderbar passt. Wir müssen halt Material holen. Also wer reine Baufolgen liebt, wird morgen erst wieder bedient. Und heute werden wir erstmal auf jeden Fall Holz holen. Zwar jede Menge. Was sind hier noch drin? Ja, guck mal jedes Mal rein. Ich merke es nie. Holz holen. War da gerade ein Wassergeräusch? Keine Ahnung. Und nachpflanzen natürlich. Und dann machen wir weiter. Hier, guck mal, wie wunderschön das Viertel ist. Also da haben wir uns echt eine schöne Ecke rausgesucht. Da hinten das Bauernhaus. Merkt ihr schon langsam, wie ihr das Bauernhaus vermisst? Also ich vermisse es tierisch. Ich würde voll gerne drüben jetzt ein paar Glötze setzen und so. Aber ich ziehe es noch ein bisschen raus. Ich bin ja der Typ, der seine Vorfreude rauszieht bis ins Letzte. Jetzt machen wir an der Brücke weiter. Da werden wir nachher richtig schön motiviert sein fürs Bauernhaus. So, wir können jetzt in dem Atemzug Folgendes machen. Wir brauchen, habe ich die Sense dabei? Habe ich unsere Sense dabei? Kette, wo bist du denn? Hier ist sie. Oh, die ist so gut wie durch. Das ist natürlich übel. Eisenseense. Können wir da eine nachbauen? Habe ich alles dabei dafür? Ich denke schon, oder? Eisenseense. Eisense. Eisense. Oh, was waren das für Blöcke? Hast du das gesehen? Durchs Verklicken gerade. Eisenseense. Ich sehe es. Da ist sie. Da ist sie. Wir brauchen zwei Sticks und drei Eisen. Das müssen wir eigentlich haben. Eins, zwei und drei Sticks. Eis. Ja, super. Ja, super. Da bauen wir uns eine, weil da oben müsste noch eine Werkbank sitzen. Ich möchte dann den Magiewald in dem Atemzug, wenn wir jetzt hier schon Seeds machen, würde ich ihn gerne gleich ein bisschen in die Länge ziehen, dass wir da erstens beim nächsten Mal mehr Bäume haben. Und wir wollen es ja sowieso ausweiten, weißt du? Jetzt habe ich leider nicht mehr Zeit gehabt offscreen. Müssen wir halt viel zusammen machen. Aber immerhin. Ich habe euch ja spart zuzuschauen, wie ich Futter mache für das Alterle. So, ich habe natürlich hier auch das Bett schon mal mitgenommen. Damit wir das hier hinsetzen können. Muss ich jetzt echt den Schnee runter machen, dass wir das Bett hier hinpflanzen können? Haia. Haia, leh. Jetzt habe ich bestimmt keine Kohle. So wie ich mich kenne, habe ich jetzt keine Kohle dabei. Können wir mit Dornen? Können wir eigentlich mit Dornen heizen? Ne. Mit Dornen kann man nicht heizen. Aber mit Baum normalerweise, oder? Guck mal, hier wäre auch noch jede Menge Nässersteine drin. Den haben wir auch schon gebraucht. Wenn ich gewusst hätte, dass hier liegt, hätte ich den mal schon lang verbraucht, Alterle. Pass auf, pass auf. Mit dem Seed weiß ich, dass ich heizen kann. Kann ich auch mit Naturholz? Ne. Ne, 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 ne. Mist, Alterle. Achso, ich brauche... Sorry. Sorry, ihr seht schon. Eine Woche kann auch an einem Voucherle nagen. Was habe ich denn jetzt hier im Kopf gehabt gerade schon wieder? Nicht viel. Ich habe es genau falsch gemacht. Das war wieder klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber ich habe es ja glanzig am Anfang. Mit dem ersten Clip habe ich schon dazu geschrieben, dass ich immer verwirrt bin. Haha. Kann mir keiner krumm kommen, weißt du? So. Passt das jetzt? Genau. Weil da brauchen wir auf jeden Fall eine zweite gleich. Das wird nämlich sonst nicht reichen. So, die Sticks haben wir nicht wieder ein. Jetzt machen wir einfach los hier. Dass wir vielleicht tatsächlich noch ein bisschen Dach gebaut kriegen. Wir machen das jetzt so, wie wir das immer machen. Wir holen uns Holz runter. Benutzen unsere liebe gute Kettensäge. Um direkt Seeds zu formen. Ich sammle die aber heute auch akrybisch ein. Damit wir auch wirklich Wald machen können. So, das nehmen wir hier her. Den Seed hauen wir hier her. Und erst mal noch essen. Da drüben ist auch noch einer. Den kannst du ja schon mal essend einsammeln. Sehr schön. Hier hauen wir dann gleich einen nach. Und das wird jetzt hier so passieren, dass wir ein paar Seeds übrig haben. Und die werden wir dann gleich zur Baum- bzw. Walderweiterung einsetzen. Ich bin heute irgendwie total träge. So, so, weißt du? Durch den Schlupfen und die Bronchien und so. Ist das schön. Ist das schön. Gott sei Dank habe ich ans Bett gedacht. Das hätte ich jetzt gleich schon das nächste Problem, dass es dunkel wäre. Ja, man wird dann so schlapp auch, weißt du? Dann fehlt dir Energie, wenn du krank bist und angeschlagen. Dann willst du eigentlich nur im Bett rumliegen. Und mich hat es doch mehr erwischt, als ich gedacht habe. Danke übrigens auch für die Besserungswünsche. War super lieb von euch. Das Gute bei mir ist, es bleibt jetzt so. Es ist zwar nicht toll, weißt du? Aber es könnte auch schlimmer kommen. Der ein oder andere, den haut es ja dann richtig weg. Bei mir ist es dann eher was, was sich länger hinzieht. Aber in so einem Status bleibt, wo ich sage, ja, ich bin noch da, weißt du? Vielleicht nicht so Hippie-Hobby wie sonst. Aber immerhin, ist ja wurscht. Hippie-Hobby. Pass auf. Hier machen wir einen rein. Hier setzen wir einen nach. Hier eigentlich auch. Dann haben wir aber noch nicht wirklich viele Seeds gewonnen. Ich glaube, wir pennen mal geschwind. Bei Tag sieht man es doch besser. Na ja, wir haben gerade erst mal fünf Minuten verbraucht. Sie sind schon drüben, haben schon angefangen. Das ist doch super. Ja, jetzt muss ich also ab und zu die Nase hochziehen. Alternativ könnte ich auch immer einen Schnitt machen pro Schnäuzer. Läuft die Aufnahme. Aber beim Schneiden, weißt du, das ist blöd. Lieber zieh ich sie hoch. Müsst ihr jetzt durch. So. Alles klärlich. Ich freue mich tierisch darauf, dass wir die Brückengeschichte angefangen haben. Weil es macht doch mehr Spaß, als ich dachte. Und vor allem, das wird... Wow. Da sind jetzt ein paar dabei gewesen. Hier habe ich doch noch gar nichts gemacht. Wie kann das dahinter geflogen sein? Ich weiß auch nicht, wie viel wir brauchen. Ich würde einfach sagen, eine Handvoll. So ein bisschen bauen möchte ich heute dann schon. Also, dass es nicht eine reine Materialbesorgungsrunde wird. Ja, hier kannst du einen hinsetzen. Jetzt haben wir wieder genug gewonnen. Hier kann man eigentlich auch einen hinsetzen. Ich muss auch mal demnächst die einsammeln, die nicht nachwachsen, weil sie zu eng gesetzt worden sind. Und dann machen wir hier einen richtig schönen Magiezauberwald. Das wird das Ziel der Reise über die Brücke. Wenn man vom Ausrastereck kommt. Herrlich. Guck mal. Da waren wieder welche dabei, oder? Es wird immer schöner und dichter. Wobei dichter kann man es später machen. Es sollte jetzt in erster Linie mal viele Bäume und Gebiets abgrenzend sein. Dass wir wissen, wie groß das ganze Magiewaldgeschichte wird. Weißt du? Wenn ich mir überlege, dass ich hier nur einen Pferde... Ich wollte nur einen Pferdeweg basteln. Ich wollte eigentlich nur schnell hier rüber kommen können. Da war kein Seed dabei. Das hat sich nicht so gelohnt. Hier einen hin, hier einen hin. Dann holen wir den runter hier. Ich muss jetzt auch gleich mal gucken. Wir machen als erstes mal das Dach fertig. Das würde für uns bedeuten, arbeitsschrittemäßig. Wir müssen den Cobblestone wieder wegmachen, den ich da fälschlicherweise ja gesetzt habe. Wobei falsch kann man nicht sagen. Es war ja nicht geplant. Den Cobblestone wegmachen. Dann müssen wir das Dach komplett aufbauen. Und dann müssen wir uns darum sorgen, wie wir das mit der Lampenkonstruktion machen. Ich setze die auch noch ein bisschen höher, weil jemand gefragt hat. Ich fand sie auch tatsächlich etwas tief. Wir können mal gucken. Vielleicht machen wir auch tatsächlich ganz andere Lampen hin. Das weiß man jetzt alles noch nicht so genau. Aber die sind jetzt halt schon mal fertig. Das heißt, zum Testen können wir die ja nehmen. Weißt du? Diese Plattenbaulampen. Schiffsarmaturen. Unsere Schiffsarmaturen, Leute. Jetzt pass mal auf. Lass mal gucken. Wo stehen wir denn holztechnisch? Haja. Haja. Pass mal auf. Wenn ich jetzt hier Bretter mache, haben wir doch schon genug. Da können wir doch fast verbauen gehen, oder? Ja. Zimmermannsblöcke haben wir eh nicht so viele. Ey, das machen wir jetzt. Wir gehen gerade wieder rüber. Ich mache kurz eine Gebietserweiterung hier vom Wäldle. Und dann gehen wir rüber am Bauen. Ich habe nämlich viel mehr Bock auf Baum gerade, wie auf Holz sammeln. Hier noch einen hin. Dann weißt du, einfach mal so ein bisschen grob abstecken, wie das dann nachher werden soll. Ja, ich würde sagen, wir gehen sogar bis hier rüber. Das tun wir uns schon an. Hier lasse ich natürlich das Gelände, wie es ist. Das kann ja nachher dann so ein bisschen bergig sein. Das ist überhaupt kein Problem. Gebirgig, weißt du? Das Bett nehmen wir wieder mit rüber, wo es hingehört. Ja, super. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Wahrscheinlich vom Schwallern. Habe ich es gar nicht gemerkt, richtig. Wie die Zeit hier wegbläst. So, schaffen wir das? Finde ich das Portal, wenn ich jetzt hier durchlaufe? Lass uns mal gucken. Vielleicht schaffe ich das ja. Ich muss da halt irgendwie rauf, ne? Rauf zum Portal und dann rechts halten. Ja, das schaffen wir jetzt schon. Ja, perfekt. Dann können wir nämlich tatsächlich so ein bisschen Dach noch bauen. Damit wir auch mal an den Bereich kommen von diesen neuen Trägerposten, die wir da setzen wollen. Diese Erweiterung. Das würde ich schon die Tage gerne mal sehen. Weil dann ist es wirklich nur noch eine Routinearbeit, das fertig zu machen. Da kann ich dann immer nach der Folge, vor der Folge Material holen. Wir bauen das zusammen fertig. Dann testen wir es nochmal mit dem Pferd aus. Und dann kommt die nächste Etappe über die kleine Lavastelle unten. Miss, heute wird es mir schwindlig vom Zocken. Ist das normal? Hallo? Irgendwie habe ich das so... Weißt du, kennst du das auch? Wenn du dann... Boah, das Ding stört mich halt auch da hinten. Der Todesstrahl. Vor allem habe ich jetzt das Gefühl, der ist wieder weiter weg wie gestern. Will mich das Spiel da in die Irre führen. Da ist doch die Brücke schon. Wir sind doch schon da. Boah, hier müssen wir auch noch auffüllen. Schaffst du den Sprung darüber? Ne, dann nimm die Leiter. Nimm die Leiter. Spring nicht umsonst ins Verderben, Alter. Haja, vor allem was hier unten, wenn man mal kurz hinsneaken mag. Vielleicht muss ich auch was essen. Manchmal habe ich auch ein Zuckerproblem, wenn ich nichts esse. So, auf dem Hinweg hauen wir jetzt die Lampen runter. Die bleiben ja so nicht. Dann machen wir uns vorne mal den ganzen Kobbelstone weg, soweit. Beziehungsweise ein Teil sollte ich vielleicht lassen. Ja, das kann ja weg. Das kommt ja sowieso weg. Dann bleiben die zusammen. So. So. Doch, ich habe schon das Gefühl, dass es heute nicht so performancemäßig drauf ist. Sieht aber alles gut aus. Manchmal weiß ich nicht, warum es so ist. Holla, ho, die Hü. So, wir haben gesagt, bis hierher, ne? Bis hierher. Ich mache das jetzt nur mal als kleine Abgrenzung kurz rein, dass wir es in etwa wissen später. Aber, das muss als erstes weg. Das muss weg. Das machen wir auch ganz zum Schluss. Das war ja gestern nur mal zum Angucken. Haben wir die Stängeln hier hingemacht. So, jetzt pass auf. Pass auf. Lass mal kurz hochgucken. Schön, das wird cool. Das wird cool. Freue ich mich, dass wir das gemacht haben. Wenn ich jetzt hier die Dachschrägen mal rein... Wenn ich die jetzt hier dran setze, nimmt er das? Ne. Da interpretiert er das irgendwie für sich, ne? Das will er halt einfach selber interpretieren. Wie er das so mag. Da haben wir Erde. Das ist aber kein Problem. Dann haue ich hier... Nein, ich vergesse das jedes Mal. Das überschreibt es ja. Oh, alter. Also Zimmermannsblockarbeit ist so eine Geschichte für sich. Das muss man schon mögen. Muss ich ganz ehrlich mal sagen jetzt. Oh, jetzt muss ich das wieder... Mit dem Hämmerle und mit Shift, ne? Ne. Mit dem Hämmerle und mit Shift. Was hat er denn jetzt hier gemacht? Hammer, oder? Das geht jetzt auch nicht mehr. Mach's weg. Setz neue hin. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form die jetzt da angekommen sind. Und wie die denken, dass die hier weitermachen. Alter Schwede. Verzeiht mir. So, und hier hätte ich es ja gerne einfach so gehabt, dass ich da drüben das weiterform. Das heißt doch, wenn ich jetzt hier Erde hinmache. Huch, hier sind wir schon an dem Trägerding. Gott, Leute. Vielleicht sollte ich jetzt mal gesund werden. Ich bin echt so ein bisschen durch den Wind. So. Jetzt kann ich doch diese Geschichte hier... Erstmal oben. Machen wir es erstmal oben. Fertig. Das ist gar nicht so einfach, das hier zu durchblicken, wann der Block wie gesetzt wird. Nein. Verzeihung. Verzeihung. Ich muss wieder hoch. Alter Schwede, was ist denn los? Das ist nicht so einfach, weil der Block setzt sich mal links, mal rechts. Da musst du dann gucken, wie er sich setzen lassen kann. Und dann bloß nicht verfehlen und nicht aus Versehen irgendeine Struktur drauf, die man gar nicht will. Wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Das gehört jetzt nochmal rausgeschnitten, aber gehört nochmal zu meinem Leben dazu. Sorry, Leute. Ich bin echt nicht fit so. Also schon fit, aber nicht ganz fit. Ich war schon fitter, sagen wir es mal so. So, wie war denn der Aufweg hier? Jetzt bloß nicht runterknallen, Alter. Sonst wird es tatsächlich ein bisschen peinlich. Nee, ich glaube wir sind hier hoch, genau an dem Löchle hier vorbei. Schwupp, schwupp. Dann sind wir hier rein, hier, hier hoch. Das kann er sich merken, so halbwegs. So, genau, ja. So, durchschnaufen, aufs Dach hoch. Vielleicht bin ich deswegen kein Dachdecker geworden. So, jetzt hier nochmal runter. Jetzt pass auf. Ja, ja, ist gut. Jetzt nimm dir mal diese blauen Dinger. So, und jetzt erlaube ich dir, das zu setzen. Dann kommen wir vielleicht auch nicht durcheinander, wenn alles die gleiche Struktur hat. So, jetzt hopfen wir hier hoch. Ich sneaker. Na, der sneaker nämlich vom Dach runter, weißt du. Jetzt bitte ich mal gucken, ob das muss doch irgendwie auch anders gehen. Das kann doch nicht sein. Wenn ich jetzt mit links draufklicke, ja, dann dreht er sich doch. Na, ist doch alles gut. Bevor ich mich jetzt hier verrückt mache, dann setze ich die lieber so und drehe die mit dem Hammer. Jawohl. So ist gut. Und gleich hier die Struktur drauf, dass wir wissen, wo wir daheim sind. Perfekt. Okay, dann haben wir die Geschichte schon mal. Dann brauche ich hier Erde. Nur nicht auf die Struktur kommen, weißt du ja mittlerweile. Jetzt pass auf, wir kommen hier mit dem Dach tatsächlich hin. Das ist okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann mit dem Hammerle drehen. Ne, da hat er jetzt irgendwie eine Ecke angezeichnet. Jetzt passt's. Ne. Guck mal, der hat jetzt ganz andere hingesetzt, wie ich haben wollte. Das ist das, was ich... Da muss man genau wissen, wie es geht, glaube ich. Weil sonst hast du nämlich die Kappe hier auf. Ich will einen ganz normalen Block hier hin. Den will ich nicht, weißt du. Was passiert hier? Hier ist der richtige. Und dann drehe ich mir den. War wieder ein Fehler. Ich darf's nicht mit der linken Maustaste drehen. Wie ist denn das bei euch, wenn ihr das macht? Kommt ihr damit super zurecht? Ich muss jetzt mit der rechten Maustaste den Block drehen, wie ich ihn haben will, ne? Oder mit der linken. Nochmal. Ich setze das und setze mit der linken. Mit der linken war's. Genau. Und wenn ich jetzt den da reinklemm... Wieso macht er das so? Das will kein Mensch. Wieso macht er das dann so? Oder jetzt... Ich sneak wieder. So. Okay. 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 Das wird was, wo ich echt stolz bin, wenn wir das fertig haben. Das sehe ich jetzt schon. So. Dann haben wir die Geschichte schon mal alles klar. Jetzt muss ich mal gucken. Am besten penne ich jetzt erst mal. Ich glaube, wir pennen jetzt erst mal. So. Wo ist das Bett? Das habe ich doch wieder eingesammelt, oder? Wir pennen hier geschwind. So. Weißt du? Da kommt man schon mal durcheinander hier. Das ist echt krass. So. Jetzt muss ich mal gucken. Hier haben wir doch alles, wie es sein soll. Zwei Reihen Dach. Hier haben wir auch alles, wie es sein soll. Zwei Reihen Dach. Ah. Jetzt habe ich natürlich das hier nicht berechnet. Das kommt ja von hier auch nochmal. Ja. Das machen wir jetzt gleich, wenn es hell ist. Das gleichen wir jetzt noch an. Dann machen wir noch das Dach zu. Machen den Koppelsturm weg. Schauen Sie uns das von unten mal an. Und dann würde ich fast die nächste Fuhre von diesem Schichtle hier bauen wollen. Jetzt pass auf. Bett wieder weg. Alles klar. Wir sind auf dieser Spur. Das heißt, hier habe ich jetzt schon mal Umsatz gesetzt. Den auch? Wahrscheinlich, ne? Hier ist es okay. Hier darf das Dach dann weitergehen. Das hier ist der Mittelteil. Der muss ja identisch werden wie hier. Das passt dann auch. Dann sind wir ja schon fertig fast. Da muss jetzt noch eins rein. Da muss noch eins rein. Mit dem Hämmerle rechtsklick. Ne. Gott, ist das kompliziert. Das einfache Hinsetzen von Klötzchen gefällt mir halt wesentlich besser. So. Alles klar. Dann haben wir die Geschichte. Jetzt müssen wir natürlich hier wieder Erde setzen. Weil ja jetzt hier drauf das nächste Ding muss. So. Ich mache es jetzt halt mal so. Ich hoffe, dass das das Einfachste ist, was ich gerade mache. Ansonsten kann natürlich sein, wenn man Übung hat, dass es auch noch ein bisschen leichter wird. Jetzt kann ich hier zumindest mich mal bewegen. Jetzt wird es interessanter. Dann machen wir die Struktur gleich drauf. Ne. Jetzt kommt die Routine. Weil jetzt wissen wir nämlich, wie es geht. Vor allem kann ich jetzt hier nicht mehr so leicht runterfallen. Okay. Die Geschichte haben wir. Ich baue die Erde wieder weg. Die Unterstützungserde. Ja. Sammle die schön ein. Wenn ich jetzt nicht verstehe, ist, wenn ich jetzt hier den da dagegen setze. Dass er es dann so macht. Vielleicht muss ich es aber von außen. Probieren wir mal. Weißt du, es muss doch einfacher sein. Wenn ich jetzt von hier. Ne. Wieso kann der. Wieso interpretierst du das, dass ich das so haben will. Jetzt pass auf. Wir machen noch drei Versuche. Ich setze es hinten am Eck an. Dann macht er mir sowas. Ich setze es hier an. Dann macht er mir den. Und ich kann es hier noch ansetzen, glaube ich. Was ist denn, wenn ich es mit Shift setze? Okay. Das war aber zumindest nicht ganz böse. Ich setze es nochmal mit Shift. Ja, dann mache ich es halt so. Aber dann brauche ich nicht immer Erde unterlegen, weißt du. So. Nochmal. Aber so ist es fast noch komplizierter. Ich raffe das nicht. Also ich verstehe es schon, dass das nicht ganz so einfach ist. Jetzt nochmal. Ich setze mit Shift den da dagegen. Dann gehe ich hier mit Links-Klick zweimal drauf. Dann setze ich mit Shift den da dagegen. Mit Links-Klick zweimal drauf. Ist das echt so kompliziert? Ich weiß nicht. Gibt es da was Einfacheres, Leute? Rechts-Klick. Links-Links. Rechts-Klick. Links-Links. Ich kriege sogar ein bisschen Kopfweh gerade, merke ich. Alter, ist das übel. Das kann aber auch sein, dass das hier in den schwindelnden Höhen, weißt du. So, Rechts-Klick. Links-Links. Ich würde das schon gern fertig machen, das Stück. So. An die Spitze traue ich mich hier noch gar nicht ran. Jetzt pass auf. Machen wir hier weiter. Hier geht es wieder mit Rechts-Klick. Was passiert, wenn ich jetzt hier mit Rechts-Klick noch einen dagegen setze? Ah. Dann kann ich es mir hier vereinfachen. War da eine Kuh auf dem Feld? Nee. So. Der war falsch. Das liegt aber an meiner Position hier wieder. Alter. So. Und jetzt mit Links-Klick. Hämmerle Links-Klick. Die Dinger reinschlagen, wie sie gehören. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Muss ich von oben draufschlagen. Guck mal. Siehste. Egal. Ist doch nicht normal. So. Ich liebe euch Zimmermannsblöcke. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Nein. Alter. Nochmal mit Rechts-Klick. Der will jetzt einfach nicht gesetzt werden, wie ich es will. Jetzt habe ich es wieder. Alles klar. Bis wir da hinten durch sind, weiß ich genau, wie das geht mit dem Dach. Ich werde viel zwischen den Folgen machen. Das will ich euch nicht mehr antun wie einmal heute. Oh je. Jetzt wird es so interessant. Pass mal auf. Wenn ich jetzt den. Ich setze den so. Und jetzt muss ich aber mit dem Rechts-Klick gucken, dass ich den angeglichen kriege. Dann kommt denn jetzt das, welches ich meine. Jetzt. Wieso macht er das nicht identisch? Wieso macht er das da nicht gleich? Kann doch nicht wahr sein, oder? Der hat sich gestern, hat er sich es gemerkt. Ne. So geht es nicht. Mit Rechts-Klick. Mit Links-Klick passiert nichts. Mit Shift-Rechts-Klick. Mit SDRG. Ne. Muss ich halt offensichtlich. Komisch. Also sorry für die Folge. In dem Sinne, Leute. Guck mal. Mit Dachluke. Mit Dachluke. Machst du es auch wieder so hin, wie ich es gehabt habe? Was gibt es da nicht? Das ist, ich dreh durch. Ich dreh so durch, Alter. Die will kein Mensch, die Form. Ich habe keine Ahnung, wie man das geschickt da anstellen kann, dass man da nicht 100 Jahre braucht. Es gibt wunderschöne, war da nicht gerade meine Form, die ich gebraucht hätte? Leute, wie macht denn ihr das, dass das schneller geht? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Dass man da so durcheinander kommt. Das muss ich doch das irgendwie merken können. Guck mal, jetzt dreht er sich wieder nicht mehr. Das ist der erste Moment, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass ich es jetzt am liebsten einfach ausmachen würde. Das mache ich jetzt auch gleich. Das ist für mich nichts. Da brauche ich echt viel, viel Geduld. So, nochmal hoch. Das gibt es doch nicht, oder? Stückchen Dach, Alter. Wir haben noch keinen Meter mehr geschafft. Und das Ding ist, es ist eine sehr üble Geschichte. Hier darfst du jetzt so machen. So, ich mache es halt so, wie ich es kann. Oder? Das wird gescheit sein, bevor ich mir jetzt hier tausend Jahre Vorwürfe mache. Warum das hier so kompliziert ist. Pass auf. Naja, was soll das? Dann baue ich das lieber so. So weiß ich wenigstens, was ich tue, weißt du? Sag mal, keine Erde mehr. Ei, eine Erde hat noch gefehlt. So, aber jetzt fehlt ja hier auch wieder Erde. Normalerweise, aus meinem Verständnis, setze ich den hier dran, ja? Und dann müsste das erledigt sein. Und der merkt sich das aber nicht. So drehe ich sie nur, ne? Das haben wir ja schon rausgefunden. So gebe ich ihm Form. Aber das ist halt das Blöde, dass ich bis zu meiner Form zehnmal klicken muss. Jetzt. So, und dann würde ich hier den nächsten dran setzen. Aber gestern hat er es sich doch auch gemerkt. Scheiße, ich habe wieder verklickt. Hinten dran ist wieder einer verrutscht. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Oh Mann. So. Mit Shift und Rechtsklick? Nö. Da musst du aufpassen wie ein Fuchs. Wenn ich jetzt wieder einen verwische, kann ich alles nochmal bauen, was hinten dran ist. So, runter. Boah, Alter, ist das komplex. Hier, ne? Den muss ich jetzt schon wieder abbauen. Weil bis ich den jetzt ausgerichtet habe, ist er schneller nachgesetzt. Genau. Jetzt nimmt er gleich mal ein bisschen Erde von da unten wieder raus. Alles klar, Leute. Also ich denke mal, da suche ich mir echt einen Moment. Zeit zwischen den Folgen, um das dann so ein bisschen vorzubereiten. Weil das ist wüscht, was ich hier gerade präsentiere. Es tut mir leid. So. Spuck. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich das vereinfachen soll. Guck mal, jetzt geht hier, geht das auch nicht mehr. Hier muss ich jetzt die Erde dran setzen. Geht noch eins runter. Ja, oder? Das kann doch nicht so kompliziert sein. Da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, wie das einfacher funktioniert. Guck mal. Den will ich nicht. Den will ich ja gar nicht. So, noch einmal. Dann von der Seite. Komisch. Ich weiß nicht. Guck mal, wie weit der Weg ist. Kennt ihr die Momente im Leben, wenn ihr was anfangt? Und ihr wisst, ihr wollt es fertig machen. Und ihr guckt dann so und denkt, ist doch super. Und das muss ich alles noch machen. Wow. Also wenn da jemand einen Trick hat, wie ich das vereinfacht setzen kann, dass die wirklich hintereinander kommen. Weil das momentan steigert meine Aggressivität, merke ich gerade so ein bisschen. Was man so gar nicht von mir kennt normalerweise. Ne, das war nix. Höpf mal darüber. Höpf mal darüber. So, ne, ich setze den jetzt hier hin und er passt sich nicht an. Das verstehe ich nicht. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Noch einmal den hier. Und dann mit rechts so lange draufklicken, bis die Form da ist, die du brauchst. So. Egal, wie auch immer. Dieses eine kleine Mini-Stückle hier bis zum Pfosten haben wir geschafft. Fast. Das mache ich jetzt noch gemütlich fertig. Da sollten wir uns jetzt zumindest... Das wollen wir uns ja nicht nachsagen lassen, dass wir es nicht fertig machen. Egal auch, ne. Also jetzt keine Angst, ich höre jetzt nicht auf damit. Das nicht. Aber es ärgert mich gerade, dass das so kompliziert ist. Gestern hat es doch auch mal geklappt kurz. So. Jetzt hauen wir hier nochmal Erde hin. Hier brauche ich noch ein Erdi, ne. Ein Erdi brauchen wir hier noch. Ne, eigentlich nicht. Wir waren fertig. Hier bin ich sogar schon wieder zu weit. Weil hier kommt ja der Luami-Dirt nachher hin. Dann ist das doch schon fertig jetzt, das Dächle. Das Stück, das Stück bis zum Hauptpfosten. So. Dann haben wir jetzt eigentlich nichts mehr anderes zu tun, als hier hinten drin das ganze Zeug mal wegzuhauen. Alles klar. Das machen wir dann morgen. Boah, Alter. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das machen. Aber wir haben ja zum Glück hinten noch den Turm. Vielleicht machen wir in den Folgen jetzt einfach immer viel am Ausraster-Eck hinten zusammen. Und das hier bereite ich so ein Stückchen, weißt du, vor der Folge, nach der Folge immer so zwei, drei Reihen Dach. Da müsste man eigentlich zeitnah hinkommen. Weil das will ich jetzt nicht in jedem Clip drin haben, wie ich mich hier abmühe und anstelle wie der letzte Loop. So, Leute. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ihr seht, es geht voran, wenn auch nur spärlich. Aber wir haben ja auch ein bisschen Material gesammelt heute, ne. Wir haben ja Material gesammelt. Wir hatten gar nicht die ganze Folge Zeit. Jetzt hätte ich das natürlich... Ist das Dach noch... Äh, ist das Bett noch auf dem Dach oben? Ne, da habe ich es. Lass uns mal das einfach zum Abschluss noch kurz zusammen anschauen. Alter Schwede. Ja, ich war heute auch ein bisschen angemüdet, muss ich dazu sagen. Ja, also ich war schon fitter unterwegs. Mir geht es gut, aber ich bin halt einfach nur müde ein bisschen. Boah, vielleicht soll ich mir eine Diamantspitzhacke machen für den Cobblestone-Moment. Ich will doch jetzt sehen, wie das vom Renko gemeint war, weißt du. Jetzt haben wir nämlich ein Stück mehr zum Anschauen. Ja, jetzt pass auf, jetzt machen wir noch die Reihe hier weg bis zum nächsten Pfosten. Dass wir es einmal sehen von unten, wie es nachher wirken wird. Kann auch sein, wir machen tatsächlich an die Pfosten die Lampen hin. Da kann ich nämlich die geschüsselten Fackeln benutzen. Ja, ist doch okay. Oder? Das wird schon. Wir kommen dann praktisch hier... Da sieht man das Dach. Ich mache wahrscheinlich aber trotzdem ein Stützbalken mittig rein, dass das auch als Konstruktion nachher wirkt. So, aber das Dach ist auf jeden Fall in Ordnung. Der Hauptbalken, da sind wir schon mal angekommen. Den ziehe ich jetzt hier rüber, die Tage. Von hier da rüber. Und gucke mal, wie hoch der wird. Ob wir das Ritterburg-mäßig machen da oben und so weiter. Und irgendwann müssen wir halt dahinter mit dem Dach. Da sind wir mal gespannt, wann das soweit sein wird. Alles klar, Leute. Bis morgen früh. Bis morgen früh. Bis morgen früh.